In diesem Video gibt mir meine Assistentin einen selbstgemachten Burger ein. Ich litt bei meiner Geburt an Sauerstoffmangel, wodurch ich körperlich schwerbehindert bin. Diese Behinderung nennt man infantile Cerebralparese oder Bewegungsstörung. Schmeckt gut? Ja? Mh. Mein Körper gehorcht mir nicht, deshalb kann ich den Burger nicht selbst halten und davon abbeißen. Meinen Mund und meine Lippen kann ich auch nicht so bewegen, wie ich es möchte. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einem anderen Video, in dem ich in einem Vortrag über mein Leben mit infantile Cerebralparese spreche. Mh. Ist der Pally gut geworden? Ja? Mhm. Mh. 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 Das Stückchen ist schon ein bisschen auseinander. Die gekauften Burgerbrötchen zerfallen leider beim Abbeißen immer mehr, wodurch das Burgeressen zu einer Herausforderung wird. Alternativ kann man den Burger schneiden und mit Gabel und Löffel essen, wobei mir das nicht genauso gut schmeckt. Ich identifiziere mich als Kameraständer. Falls Sie sehen möchten, wie wir die Burger Patties gemacht haben, schreiben Sie mir einfach einen Kommentar. Okay, dann machen wir mal den Mittelpart, okay? So. Jetzt mal schon. So. Okay. So. 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 Untertitelung. BR 2018 ... ... ... ... Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Schlauchst du das alles auf einmal? Nein. Machen wir auf zwei. Knapp an meinen Fingern vorbei. Machen wir auf einmal. Jedes letzte Stück ist weg. Knapp an meinen Fingern vorbei. 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 Knapp an meinen Fingern vorbei.